Hallo, hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt es Tapping, 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 Tapping. Auf so eines Tapping-Videos haben, glaube ich, schon einige länger gewartet und ich habe hier so ganz viele randommäßige Dinge hier stehen und ausgewählt, die, glaube ich, doch sehr, sehr gute Geräusche machen werden und zu denen ich auch immer ein bisschen was erzählen kann oder die auch, ja, in der Geschichte haben. Genau, ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Ich glaube, wir fangen mit dem, ja, es ist mit dem meist randommäßigen Ding an. Und zwar haben wir hier Schokomilch und die zeige ich euch einfach, weil die meine Tochter heute Morgen nicht ausgetrunken hat. Und ich das jetzt mache. Die ist ja lecker. Da ist sogar so ein kleines Labyrinth aufgezeichnet. Das war Gegenstand Nr. 1. Der nächste Gegenstand, also darüber, habe ich mich so, so gefreut. Und zwar seht ihr hier ein Paket. Dieses Paket ist Teil eines Adventskalenders, den mir Bianco gemacht hat. Ich blende euch mal ein Foto ein. Aber ich habe mich so, so darüber gefreut, weil ich absolut nicht damit gerechnet habe. Und ich nichts für sie habe. Aber sie kennt mich. Sie weiß, wie ich bin. Aber, ja. Ich glaube, ich mache ihr nächstes Jahr auch einen. Aber das Problem ist, ich bin in soeren Sachen nicht so perfekt gezündet. Und sie hat das letztens ganz treffend gesagt. Also wenn ich ihr so einen Kalender machen würde, dann hätte ich nach der Hälfte keinen Bock mehr. Und würde die Sachen einfach so reinschmeißen. Aber vielleicht, ja, werde ich sie eines Besseren belehren und einen machen. Und ich könnte sie sogar mal fragen, ob ich den live vor der Kamera auspacken darf. Also, dass ich wirklich jeden Tag ein Video mache und das vielleicht so zusammenfasse. Dass jeden fünften Tag ein Video kommt, wo ich jedes, jeden Tag ein Bäckchen ausgepackt habe. Hättet ihr darauf Lust? Dann schreibt das mal unbedingt in die Kommentare, bitte. Dann werde ich sie fragen. Und dieser Adventskalender ist so voll gepackt. Und sie hat auch gemeint, sie hat schon im Sommer damit angefangen, Dinge zusammenzusuchen. Und er ist, glaube ich, auch nicht ganz jugendfrei. Deswegen, ja, schauen wir mal. Also, wenn ich meine Sachen Vai und mir... ... So, ich habe jetzt noch ein paar Sachen gemacht. Okay. Gut, als nächstes habe ich mir gestern was gekauft, vielleicht eigentlich nur für dieses Video, aber da sind auch schöne Farben enthalten, aber ich zeige es euch dann gleich. Gut, als nächstes habe ich das Video. Also, das hier ist eine Limited Edition Pearl Clunch, nennt sich die, das ist so eine kleine Lid-Schattenpalette. Also, ich zeige euch mal. Ja, kurz die Farben, wenn ich sie aufbekomme, es geht ein bisschen schwer. Ja, das sind die Farben, die naht schon hier, trage ich heute sogar auf den Augen, falls man es erkennt. Eigentlich wollte ich den Blush auch noch verwenden, machen wir das halt jetzt. Also, die Palette hat keinen Spiegel. Also, ich habe die Farben, die Farben, die Farben und die Farben, die Farben schnzeig. Also das ist echt ein sehr, sehr schöner Farben. Oh, diese habe ich aber noch gar nicht ausprobiert. Oh, die ist richtig schöner. Ich glaube, die ist weiß und gold. Ich weiß nicht. So ein bisschen als Highlighter. Ein bisschen auf Donnerstag. Why not? Also ganz schöne Farben. Okay. 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 Und da fasse ich dich wieder zu. Okay. 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 Yeah. Okay. 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 Oh ne, wie heißt es nicht? Jetzt wisst ihr Bescheid. Gut. Was kann ich euch denn noch zeigen genau? Oh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber das Yves La Role Libra Intense ist eines meiner Lieblingspuffers. Und das ist schweineteuer. Ja, und Bianca hat mir letztens auf TikTok ein Video geschickt von diesem Buffer hier. Das ist von Sarah, das nennt sich Golden Decade. Und das soll ein Tube dazu sein. Und ja, das ist es definitiv. Also es ist vielleicht minimal anders im Geruch. Also es hat vielleicht eine minimale andere Intensivität. Aber ich sag euch, das ist so ein guter Tube, dass ich mir das definitiv wiederholen werde. Und damit kann man sich auch ordentlich einsprühen, ohne quasi ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man zu viel versprüht. Und deswegen schaut mal zu Sarah und gönnt euch das sonst weiter. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay So 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 Also Echt Das ist so Guter Kleiner Geheimtipp Von mir Schaut euch das mal an Hier Oh nein Ich glaube ich habe den Namen wieder vergessen Amarelles Kann das sein Ja das macht so gute Geräusche Ich glaube das heißt Amarelles oder Das war nämlich ein Geschenk von meiner Arbeit Ähm Und diese Blumenpflanze Ist angeblich unzerstörbar Ja da bin ich gespannt weil Die muss man nicht Gießen Die hat alles schon in dieser Schale Da drinnen Und Irgendwann nächstes Jahr muss man einfach Hier alles Hier alles Abschneiden Und dann Wegstellen Ins Kühle oder so Und dann Kann man sie Wieder rausholen Ich habe es nicht so ganz verstanden Aber ich habe halt auch keinen Absolut Absolut Keine grünen Daumen Ganz Ganz schlimm Bei mir mit sehr los Die haben viele die einfach Schwann Das war Ja, und angeblich, wie gesagt, sind da so quasi alle Vitamine drinnen oder alles, was die Pflanze halt braucht, um zu wachsen, umgeteinend, das riecht nach gar nichts. Okay. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die wachsen wird. Dann, glaube ich, ich muss mal einen Schluck trinken. Habe ich eine Tafel Schokolade gekauft und darüber wird sich meiner Tochter so, so freuen. Und die ist angeleiner Schokoladenticker. Digga, sie kommt halt nach der Mama und die fand ich halt so mega, mega süß. Also mein Sohn ist eher so der Typ Komme, Zeug und Chips. Und meine Tochter ist so typisch Schokolade. Sohn. 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 Okay. die nennt sich übrigens Sweet Winter das soll mir sie kosten ja, ich glaube wir können das mal machen so sieht das dann auch sehr sombremien ja lecker sehr süß aber lecker gut was haben wir hier noch ja das hier, meine Freunde ist meine Trinkflasche ich versuche mindestens zwei am Tag von denen zu trinken das ist knapp ein Liter schaffe ich mal besser mal schlechter aber ist die nicht wunderschön wunderschön die hat hier so Blumen abgebildet so ... so Heute habe ich ja, wie man sieht, noch nicht so viel getrunken, aber der Tag ist ja auch noch jung, quasi, habe noch ein bisschen Zeit. Ja, ordentliches Teil mag ich sehr, sehr gerne. Okay, und last but not least, haben wir hier so eine brownie Backmissung. Die habe ich gestern gekauft, beziehungsweise steht hier meine... Brookies, also brownie mit Cookie, Brownie und Cookie. Und die werde ich, glaube ich, heute mit den Kindern machen, beziehungsweise die Kinder schauen das schon allein. Ich bin da quasi nun mal so der Zuseher und helfe, wenn da nichts mehr weitergeht. Und ich glaube, also was sollen Packermischungen, die sind meistens nicht so süß. Ich glaube, da werde ich noch ein bisschen nachhelfen mit Junkie-Fleber. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Lieb ich. Ich bin gespannt, ob das den Kindern schmecken werde. Ich hoffe es natürlich. Wenn nicht, dann finden sich immer genügend Abnehmer. Ich bin gespannt, ob die Zuseher und die Zuseher und die Zuseher. Ich bin gespannt, ob die Zuseher und die Zuseher. Und da ist zum Beispiel drin, Ohr, Zucker, Reis, Neher, Mais, Milzat, Bitter, Coventura, Topiuka, Stärke, Kakao, Wolfer und so weiter. Also ich bin gespannt, ob das schon schmeckt. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen. Wir haben jetzt 30 Minuten schon noch miteinander verbracht. Ich hoffe, ihr konntet entspannen und eventuell auch einschlafen. Das wäre mal die Penne. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft schön und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann.